Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Trentina Nocken. Trentina Nocken ist eine Mehlspeise aus dem Trentino in Italien ähnlich den Gnocchi. Sie können als Hauptspeise, Beilage oder auch als Suppeneinlage gegessen werden. Für zwei bis drei Personen als Hauptspeise werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Eier 125 bis 140 Milliliter lauwarme Milch je nach Größe der Eier 300 Gramm Mehl Typ 405 50 Gramm Parmesan eventuell Mehr zum Servieren Salz Muskatnuss 30 Gramm Butter Folgende Utensilien werden benötigt. Großer Topf Schüssel Messbecher Küchenwaage Teigschaber Zubereitung Etwas Salz und etwas geriebener Muskatnuss unter die aufgeschlagenen Eier rühren. Milch lauwarm erhitzen. Derweil Mehl mit frisch geriebenem Parmesan vermischen. Reichlich Wasser zum Kochen bringen. Die Milch und die Eiermasse zusammen mit dem Parmesanmehl kneten bis ein fester Teig entstanden ist. Kleine Portionen des Teigs abtrennen, Rollen und Stücke der Rolle abschneiden. Die Nocken ins kochende Wasser geben. Sie sind gut, wenn sie an die Wasseroberfläche geschwommen kommen. In der Zeit die Butter zerlassen. Die Nocken zum Schluss entweder kurz in der Butter schwenken oder etwas anbraten. Gegebenenfalls mit Parmesan servieren. Zubereitung Gerollter Teig und fertig geschnittene Nocken Als Beilagen eignen sich Eisbergsalat, Feldsalat, gemischter Salat, insalater Mister oder Kopfsalat Besonders lecker als Beilage zu Brühe Diese Varianten gibt es Gnocchi Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!